Nachsitzen! 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 Was? Okay. Ich hau ab. Da hab ich euch dran gekriegt. Wofür braucht man Mathe überhaupt? Okay. Zu viel Kreide. Ha, ha, ha. Nee! Puh. Ups. Schluss damit. Ich hab nur genießt. In diese Nasenlöcher kommt keine Kreide. So gut. So niest man richtig. Das kann nicht gesund sein. Also, wo waren wir? Ich vergnüge mir etwas die Zeit. Gleich hab ich es. Jupp. Er hat Angst vor dem Niesen. Ich wette, seine Nase freut sich über etwas Würze. Ich muss sehr vorsichtig sein. Ein Tropfen ist genug. Das ist so viel besser als Mathe. Und fertig. Bereit zum Einsatz. Ich kann's kaum erwarten. Puh. Meine Nase jammert heute ganz schön. Was sie nicht sagen. Oh. Oh Gott. Hatschi. Wow. Oh. Autsch. Mein Gesicht. Oh je. Tschi. Wow. Hätten Sie mich nicht warnen können? Oh. Das soll aufhören. Hahaha. Oh Mister. Was macht sie da? Passen Sie auf. Auf was? Autschi. Das tut mir leid, Miss. Warte. Oh wow. Aber das ist mir so peinlich. Hä? Chili-Soße? Oh oh. Chili-Soße? Olivia. Nach sitzen. Oh Mann. War doch nur ein Witz. Diese Kinder. Wenigstens tröstet mich Mathe. Äh. Noch öder geht's nicht. Er schaut nicht mal auf die Klasse. Das heißt, ich kann Unfug machen. Hahaha. Ernst bleiben. Genau so. Alles soll voller Kleber sein. Was zum Henker? Nicht unter meiner Aufsicht. Ich bearbeite die Aufgabe, Sir. Aha. Sein böser Blick hält mich nicht auf. Stift Nummer zwei. Kommt herbei. Was macht sie denn da bloß? Hör auf damit. Was meinen sie? Ich mach doch gar nichts. Hä? Als ob. Ich lass es Kleber regnen. Und jetzt kommt Glitzerhagel. So eine Matschepampe. Wie toll. Der Anblick erinnert mich an Weihnachten. Olivia. Genug ist genug. Was? Ich mach doch nix Böses. Für wie blöd hältst du mich? Das sind doch nur meine Schulsachen. Nein. Gib das her. Der Lehrer hat mich auf dem Kieker. Wie selbstgefällig er schaut. Miss. Dein Anblick tröstet meine müden Augen. Das ist für dich. Das ist für dich. Wow. Für mich? Bitte. Mach es auf. Ich kann dir nichts abschlagen. Oh. Heiliger Bim Bam. Miss. Ist das Kleber? Der ist in meinen Haaren. Nein. Haha. Genial. Du. Nach sitzen. Was? Schon wieder? Och, Menno. Oh. Ich gehe ja. Ich gehe. Der Buchstabe A ist sehr vielseitig. Man glaubt es kaum. Ich hasse Englisch. Gibt es Fragen? Oh. Langweile ich dich? Hey. Mach auf. Du bist in der Schule und nicht in deinem Bett. Reiß dich zusammen. Du lässt mir keine Wahl. Hier wird nicht geschlafen. Ah. Musste das sein? Viel besser. Ich bin wach. Er steht auf sein Megafon, ha? Na warte. Das kriegt er zurück. Haha. Beim nächsten Mal wird es ein blaues Wunder erleben. Bin ich genial oder genial? Ich lege es vorsichtig zurück. Und. Geschafft. Jetzt genieße ich die Show. Verstanden. Schläfst du schon wieder? Das ist doch leckerlich. Aufwachen. Klar. Alter. Das klappt immer. Hallöchen. Oh. Danke fürs Vorbeibringen. Äh. Du hast da etwas im Gesicht. Hier? Ist es weg? Nein. Nein. Auf dem Kinn. Meine Lippen? Nein. Das ist irgendwie überall. Du gehst aber ran. Äh. Ich zeig's dir. Oh. Ich. Äh. Das ist so lustig. Was ist das? Schwarze Farbe? Erwischt. Das ist echt seltsam. Oh nein. Entschuldige. Wir reden später. Und du? Nachsitzen. Sofort. Ich? Nachsitzen. Das war's mir wert. Mir doch egal. Mein Leben ist ruiniert. Das ist so öde. Da will man einpennen. Dann mach ich eben das Beste draus. Wie wäre es damit für den nächsten Streich? Uh. Haha. Hahaha. Hahaha. Olivia? Absoluter Klassiker. Hahaha. Hahaha. Was ist denn da los? Oh. Ähm. Los. Gib es her. Oh. Okay. Immer diese Streiche. Und wie soll ich jetzt wach bleiben? Die Dinger sind doch schon nicht mehr lustig. Also. Wo war ich? Oh. Sie schon wieder? Danke. Setz dich doch. Setzt sie sich wirklich hin? Halt. Nicht. Du meine Güte. Du lieber Himmel. Das tut mir wirklich leid. Ich kann mich nirgends wo mehr blicken lassen. Du. Ich? Du. Nachsitzen. Das war nicht mal meine Schuld. Warum ist Schule so unfair? Wie konnte ich das nur zulassen? So werde ich nie Liebe finden. Oh Mann ist das öde. Mal sehen wie lange ich den Kaugummi ziehen kann. Vielleicht bis zum Lehrer hin. Sein Schnauzer sieht so lächerlich aus. Das ist Kaugummi oder? Und? Ist doch nicht so schlimm oder? Kaugummi ist verboten. Was zum? Oh. Meine Brille und Zähne. Oh. Er findet sie nicht. Ich jedoch schon. Ich kann's gar nicht sehen. Hab ich euch. Wie eklig. Ihr wandert gleich nirgendwo mehr hin. Nur ein paar Kleckse. Fehlt nur noch ein kleines Extra. Minz frisch, Baby. Die Zähne haben ein Upgrade verdient. Viel Spaß damit. Oh. Meine Brille. Gleich geht's los. Puh. Schon viel besser. Meine Zähne. Hm. Tada. Endlich. Hm. Wo war ich stehen geblieben? Hallöchen. Hi, Kinder. Hä? Oh je. Hier ist ein Snack für dich. Sehr nett. Oh. Oh. Was? Äh. Deine Zähne. Echt seltsam. Ja? Äh. Deine Zähne. Hä? Die sind hübsch, oder? Oh. Du kapierst es nicht. Warte. Ich verstehe nicht ganz. Das ist genial. Oh Mann. Wieso hat sie dauert über meine Zähne gesprochen? Oh nein. Die fühlen sich seltsam an. Du. Ich? Nachsitzen. Wofür? Okay. Ich gehe ja schon. Diese Schülerin ruiniert mein Leben. Warst du auch so frech in der Schule? Wie viel Zeit hast du beim Nachsitzen verbracht? Vergiss nicht, das Video mit Freunden zu teilen. Schon gesehen? Abonniere unseren Kanal, um keine lustigen Videos mehr zu verpassen. Hm? Ich gehe das auch nur an.